Und damit herzlich willkommen, liebe Reaction-Freunde, zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf angeblich 5 echte Hero-Brain-Sichtungen in Minecraft. Ihr wisst, ich bin Experte, ich kann herausfinden, ob das echt ist oder nicht. Aber eigentlich geht es hier eigentlich nur um die Sichtungen, also ich will jetzt hier kein Detektiv sein und das alles analysieren. Aber ich kann ja meinen Senf dazu geben und sagen, ist das echt, können das echt sein oder ist das eher gefakt? Und da würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange herum. Schreibt alle mal Algo-Algo in die Kommentare für den Algorithmus und liked das Video. Vielleicht schaffen wir ja die 300 Likes auf dieses Video. Abonniert natürlich den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich vielleicht welche davon kenne. Okay, da wird irgendwie von Monstern gejagt, sagt er, er will jetzt schlafen gehen. Okay. Also vom Schauspiel her. Ich weiß es nicht, ob es die erste Sichtung schon war, aber... Oh, oh, look at all these... Ah, ne, war es nicht. Das ist die, das ist die... Ja, das ist die Sichtung. Oh, oh. Also wird jetzt auf jeden Fall hier von Monstern gut attackiert. Die Grafik ist sehr schlecht, äh, nicht wundern. Aber man kann es ja erkennen. Auf jeden Fall, es ist nachts. Monster verfolgen ihn. Die Frage ist zwar, äh... Warte, da steht, Heerain is on the top of the burning tower. Also der sollte da oben irgendwo sein. Das ist ja auch so ein Heerain... Ah, das seht ihr gerade gar nicht, ne? Hier, das sieht auch irgendwie aus wie so ein Heerain-Ritual. Das sieht man gerade nicht gut. Aber ich erkenne ja auch gerade gar nichts, sag ich euch ehrlich. Ich weiß noch nicht, wo... Ach, komm, also diese Pixel... Äh, also... Also... Ja, da kann er... Ja, wahrscheinlich ist doch Heerain, aber... Ey, wer soll das... Also das hat er bestimmt nicht erkannt, aber hat er ja auch nicht. Das ist ja... 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 Ja, weiß ich nicht. Ja... Ja, obwohl doch, da steht... Ja, okay, jetzt erkennt man's. Ja, okay, jetzt erkennt man's. Da ist Heerain, ja, jetzt erkennt man's auf jeden Fall. Das erkennt man. Ähm... Ja, bis jetzt kann das echt sein. Natürlich alles, was echt aussieht, kann gefakt sein. Aber gut gefakt sein. Aber ich will gucken, ob man nur so offensichtliche Fakes sieht. Aber bis jetzt, das könnte, äh, echt sein. Ja. Heerain, danke. Okay. Ah, das ist ja meine Musik. Pay close attention. Also, Versichtung 4. Also, er hat diesen Tunnel, äh, gemeint halt. Also, er selber so. Also, er, also, er hat quasi einen Tunnel gegraben und... Er, hätte er da Diamonds gefunden, hätte er die ja schon abgebaut. Und anscheinend findet er jetzt wieder Diamonds, obwohl er die ja schon gesehen hätte. Genau, die hätte er ja eigentlich schon längst gesehen. Weil er hat ja diesen Tunnel gebaut. Aber jetzt sind da plötzlich Diamonds. Und das ist das Suspekte dran. Ah, oh, weiß ich nicht. Also, macht Hero Brain sowas? Yo, what the fuck? Aber es ist nicht Hero Brain typisch. Also, so kennen wir Hero Brain eigentlich nicht. Vielleicht hat er sich ja weiterentwickelt, aber... Ah, okay. Eifer Wasser. Boah, ich sag euch, die Sichtung ist mir zu trollig. Also, irgendwie, die Person könnte ja so ein Troller sein. Er hat schon Hero Brain. Das ist so nicht Hero Brain typisch. So, so einen, so zu ärgern irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht liege ich auch falsch, aber... Was war denn da? Also, außer jetzt diese, diese Milben da. Erschreckt er sich wirklich wegen Milben? Naja, naja. Boah, es ist echt zu... Wirklich zu aktiv für einen Hero Brain, ne? Okay, also irgendwie... Das ist auf jeden Fall... Ja, er sagt selber, es ist nicht naturell da. Also, das hat er auch nicht gemacht. Das ist einfach da. Das ist... Achso, darüber, das ist naturell, ne? Okay. Ich gehe jetzt zurück nach der Basis. Also, ich sage euch ehrlich, habe ich gerade schon dreimal gesagt. Das ist viel zu übertrieben für Hero Brain. So was macht dann Hero Brain nicht? Und... Ja, warum bewegt er sich? Hero Brain bewegt sich doch auch nicht. Alter, das ist für mich keine... Also, alles, vielen Dank. Halt an. Das Video ist noch nicht vorbei. Ah. So, while I was working on this video and editing it, I noticed something that might potentially be even scarier than the Creeper. Let's rewind, so you guys can see it for yourself. Erstmal zu Sichtung 4. Er war mir viel zu unnatürlich. Also, es war viel zu übertrieben. Viel zu... Ja, hier, wir wollen unbedingt euch zeigen. Hier ist etwas. Hier ist etwas. Aber man hat so gar nicht so drauf geachtet, dass das Hero Brain ist. Und Hero Brain ist gar nicht so. Deswegen, man wollte unbedingt den Zuschauern sagen, okay, hier, guckt mal, da passiert was, da passiert was. Aber das ist nicht Hero Brain. Also, das ist... Sichtung 5, okay. Kann sein. Aber Sichtung 4 war... Ja, ist zu übertrieben. Ah, nee, ist das noch Teil von Sichtung 4, oder? Ja. Aha. Hätte aber auch ein Zombie sein können, wenn man es so sieht. Ja, ich denke, es könnte schneller sein, wenn wir das Trierhaus first checken. Also, wir gehen zum Trierhaus, wir gehen über die normale Basis. 2, okay. Also, war irgendwie... 3, irgendwie 4, okay. Auf einmal Sichtung 2. Er ist doch dasselbe Haus. Okay, warte mal. Wahrscheinlich sind alle 5 Sichtungen in derselben Welt. Oh! Boy! Wait, I'm actually gonna show you guys something real quick. This was found a while ago. But we did find something interesting in this jungle. But I'm just gonna show it real quick. If you look at one of these trees... Yeah, over there. Look how this tree looks. Really strange. Ich bin mir sicher, irgendwo hier war gerade Hero Brain, ne? Aber... Check this out. And this tree doesn't even have leaves. Wait, it does! It has one leaf. Okay. Also, irgendwie der sagt jetzt... Ja, irgendwie die Bäume sehen komisch aus und der hat jetzt keine Blätter. Aber doch, da war ein Blatt. Also, er denkt, dass sie jetzt... Verbrannt wurden. Oder angezündet wurden. Ja, ist echt komisch aufgebaut. Ich frage jetzt, wieso baut der denn aus so'n komischen Hero Brain Turm, also? Ja, er hat ein Baumhaus, okay. Einfach ein Kasten. Ah, irgendwas, glaube ich. Ja, ist so ein Zungen. Notch. Ah, das ist vom Anfang. Also, der will jetzt schlafen gehen, auf jeden Fall. Und T-Rain sollte jetzt da im Haus sein. Ja, da. Aber... Aber jetzt noch for real. Das ist echt scheiße. Also, das ist nicht so gut geschauspielert, weil... Der geht ja... Also... Der geht gerade aus. Und da ist Hero Brain. Und ihr wollt mir wirklich sagen, dass er erst... Also, dass man gar nicht merkt, dass da irgendwas mal aufsteht. Das würde doch jeder direkt erkennen. Also, seid mir ehrlich. Ihr so... So, ihr läuft jetzt hier vorbei, ja? Ihr lauft jetzt so, so, so. Spätestens... Ab hier würdet ihr ihn noch bemerken. Man sieht's doch. Warum reagiert man dann so? Also, bis hier hat er ihn nicht bemerkt. Dann guckt er kurz zur Seite. Und denkt sich... Also... Er ist schon übertrieben auch wieder, ja. Also, ich kann euch versichern, ich bin mir sicher, dass diese Sichtung nicht real ist. Das könnte echt sein. Also, dass er da so steht. Er nennt mich ein bisschen an meine Base bei Hero Rains World. Okay, und der ist weg. Hero Rains hat ein Ei gelegt. Also, wenn er jetzt irgendwo noch am... Also, irgendwo draußen noch steht, ist es sehr... Auch wieder zu... Also, ihr müsst bedenken, Hero Rains ist ja wirklich ein sehr krasser Spion. Oder... Was ist mit meiner Kamera los? Hero Rains ist sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Allein das, dass er so lange im Haus stand, war schon zu sass. Er ist hier, Leute. Okay, er hat einfach ein Hero Rains Ritual gemacht. Also, er hat's offensichtlich gewollt. Also, es war aber provoziert, ne. Er ist hier. Ihr habt ihn gesehen. Okay, also, er ist anscheinend ein Stream oder so. Also, ich kenn die Person ja nicht, aber findet ihr nicht, er reagiert viel zu chillig darüber? Ihr wisst, wenn ich es wäre, da ich auch hier rein getroffen wäre und es wäre nicht faked. Ich würde meinen Stuhl nehmen, direkt, bam, durch das ganze Zimmer werfen, Alter. Aber ich bin ja auch ich, also. Ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Äh, ich hab mich entschieden, mein... Achso, also, der hat irgendwo sein Inventar gesichert, damit, falls er Lava fällt, dass er sein Inventar safe hat. Das ist... Vielleicht wird das auch die krasseste Sichtung. Okay, also, das ist doch einfach nur Stein von Dingens, oder? Ah, ne. Ich hatte ja jetzt ein Dungeon. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Is he running... He running actually gerne in Caves? Oh, höh. Haben wir den übersehen? Höh, war er das? Wer hat ihn denn bitte da gesehen, ey? Als ob der wirklich da war. Ja, tatsächlich, okay. Ja, ja, okay. Das ist aber eine gute Sicht und das ist gut gemacht. Das ist gut. Ja. Das ist echt so... Das könnte Hero Brain sein. Das könnte real sein. Rein theoretisch. Also, das ist Hero Brain. Also, wir wurden beobachtet. Mhm. Aber sag nicht, der hat ihn jetzt bemerkt. Nee. Okay, da ist jetzt ein Creeper. Also, er hat es halt auch noch nicht bemerkt. Also, er hat... Das ist der erste Mob, den er in einer langen Zeit wieder gesehen hat. Also, er hat die ganze Zeit keine Mobs gesehen. Okay. Also, er hat nichts wirklich gefunden. Keinen Erfolg gehabt. Also, wenn Hero Brain wieder irgendwo auftritt, ist es schon sus. Also, Hero Brain ist da echt aggressiv. Aber ich glaube, der wird ihn jetzt sehen. Also, der wollte jetzt wieder zurück. Okay, Hero Brain ist weg. Aber warte mal. Warum? Er weiß doch gar nicht, dass Hero Brain ist. Warum schaut er dann da nochmal hin? Guckt mal. So, da geht's. Warum sollte man in eine random Ecke gucken, wenn man da noch nichts gesehen hat? Äh, das macht gar keinen Sinn. Das heißt, er wusste irgendwie, dass Hero Brain war. Wisst ihr, was ich meine? Ist das so, wie sich so offensichtlich... Oh, Leute, da ist doch gar nichts mehr. Ja. Ja. Vielleicht bin ich auch komplett blöd und interpretiere komische Sachen. Aber seid ehrlich. Das ist doch schon ein bisschen sus, dass er genau dahin guckt, wo Hero Brain war. Aber er hätte ihn ja nicht gesehen. Hm. Sus. Also, kein... Kein Zeichen, dass hier irgendwer war. Aber das war schon sus. Also, bis jetzt war das gut, aber das war schon zu sus. Hm, war da was? Ja. Das war's dann auch mit dem Video. Ähm. Gutes Video aber, muss ich schon sagen. Äh, die ein oder andere Sichtung war halt ein bisschen goofy. Aber jetzt mal echt, ich bin da auch nicht besser. Trotzdem, gutes Video. Checkt auch auf jeden Fall den Kanal ab. Link in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, Leute. War's das jetzt mit dem Video. Wie haben euch die Sichtungen gefallen? Äh, ich geb jetzt keine Bewertung ab. Weil, das ist ja keine Creephast oder so. War halt ganz gut so. Ein paar Sachen waren okay. Ein paar waren besser. Ja, dann würde ich sagen, war's das auch mit dem Video. Lasst eine positive Bewertung da. Vielleicht schaffen wir die 300 Likes. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreibt algo-algo in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao.